Moin 2017. Die Saison geht wieder los. Die ist ja relativ spät in der Saison. Wir haben schon ersten Juni. Bisher kaum Fahrten gemacht. Neu von der Partie ist jetzt mit Rosi. Die Saison geht weiter. Und ich soll halt mal im Probeschlag gehen. Wieser raus. Vielleicht mal Richtung Seehundbänke. Vielleicht sehen wir auch ein paar Wale. Aber das sehen wir dann. So. Auslauf klar machen. Gleich zum Schleusen. Angemeldet und so. Eingeschleust. Wir haben um 13 Uhr. Niedrigwasser. Bis dahin müssen wir die Sandbänke erreicht haben. Es ist jetzt 10 Uhr 40. Also eine Punktlandung. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Von der Strömung her. So. Ausgeschleust. Ein paar Momentenstrom. Der Wind kommt unter den Vierdrecks. Von vorne. Also mit Segeln. Erstmal jetzt raus. Ist schwierig. Ah. Ja. Motorbehalte hier. Rosi. Ganz ruhig dabei. Windklöschen. Dann war es wieder. Wind gegen Strom. So. So fort du noch. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ich denke, Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.